Das Tourismus Forum ist ein schöner Moment, um sich wieder zu vernetzen. Es ist gelungen, heute aus der Grossraumregion Zürich verschiedene Leute zusammenzubringen und wieder einen inspirierenden Dialog zu hören. Komm, gib mir die Hand und lass dich ziehen und wir der Britz. Herr Jenny, Sie haben ja die Plattform genutzt, um für Sankt-Marie Werbung zu machen. Jetzt dürfen Sie diese Plattform nutzen, um für unsere Region Werbung zu machen. Ja, ich glaube schon während der Performance, dass ich ein grosser Fan bin, von der Zürich Region, als Vater von vielen Kindern, ist das einfach, gerade in der Zeit, in der man nicht gross reisen konnte, so viel Werbung. Jeden Tag ein Supergau. Du musst länger fluchen, du musst du uns noch zuhören. Das Leben macht mir Sinn. Es ist irrsinnig schön, dass so Dinge nach 18 Monaten schwierigen zu sein, plötzlich jetzt wieder, dass es lebt, man kann Leute live erleben. Das macht unglaublich viel Freude und es ist eine riesige Chance für die Region. Ja, die Stimmung ist knisterig sensationell gewesen. Ich glaube, Standing Ocean am Schluss hat bestätigt, dass wir da einen Anlass haben können produzieren, der genau im Herz der Leute angekommen ist.